Das sind meine Freunde Tim, Gaby und Karl und Oskar, Georg kennt ihr ja noch. Und das sind Onkel Kurt und Tante Linda. Freut mich, ja. Ja, nicht verwunderlich, Frau. Oh, das tut mir leid. Also auf jeden Fall stecken wir ziemlich in der Klemme. Draußen tobt ein Schneesturm und das Handynetz ist weg. Oh, gibt es denn ein Festnetztelefon hier? Prima. Oh. Na dann.